Super Carrier Auf Close zu uns Alle mal kurz aufwachen Ja Alle aufwachen, alle aufwachen, alle aufwachen Es geht los Ja, hoffen wir uns mal schwer Ich such grad den Darknarock abgedockt? Darknarock abgedockt Der Super Carrier ist noch mit 10, der ist weit weg Super Carrier ist grad weggewarpt Die Ragnarock wird interessant Mal reinwarpt, was sich traut Das muss mal Ähm, falls er reinwarpt Ich sag dann an, wenn du die klocken musst, den Sabern dann einfach den Warp catchen Fuck, bin ich überhaupt in der richtigen Position in der Flotte? Nein, bin ich nicht Ich soll mich vielleicht mal hochsetzen Dann hat Ragnarock warpt Ragnarock warpt Ragnarock warpt Selber babbelst du? Ich machs sofort, so wie ich kann Ich machs sofort, so wie ich kann Xenobrennt, Xenobrennt, Xenobrennt Fuck, Magnetic Field Go 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 Springt 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 wackt springt springt Alle zu Celes, neck, alle zu Celes, frick Sobald die unteren aus dem Siege fallen sofort hochworpen Sofort hochworpen Fuck, haben wir noch einen Longpoint irgendwo dabei Von denen, die hochgehen weiter babbeln weiter babbeln weiter babbeln bei mir ist die ragnar primaries die ragnar schaut dass sie slowdown schaut dass sie slowdown schaut dass sie slowdown und so vor also schnell wie möglich auch noch ein paar wenn ich es gleich ist der pappel was das problem ist wer hat irgendjemand von den phoenix noch long points drauf da sind die alle unten fuck das war ein fehler wir haben keinen long point dabei wir haben nicht genügend scrams auf den quallen sobald die unteren dreads aus dem siege raus sind sofort bouncen und wieder hinbouncen wenn es geht sofort bouncen und weg rein und raus rein und raus habe die baube jetzt so weit weggelegt ich weiß nicht ob er fliehen kann versucht ihn aus dem alignment zu bumpen bitte explosiv hardening explosiv hardening weiß nicht wenn er den titan skill nicht auf fünf hat dann halten wir ihn mit den quallen und schnell mit den anderen kapp weg und selber versucht die ganze zeit zu rebubben selber versucht die ganze zeit zu rebubben qualle im schlimmsten fall mit mwd hinbühren und qualle nur so viel und so gut wie es geht neuten jeder der neuten kann neute wartet bitte die ragnarok und juke wenn es geht sofort die sofort die quallen cappen ja johnny schau halt wenn sobald du aus dem siege fällst raus bounce und rein an wem antworten meets meets warte ich x in fleet ist eigentlich egal eigentlich jeder vom blob oder raiffeisen sorry ich bin gerade überfordert x ist in der flotte ich stehe auf zehn kilometer von einem titan wegen meinem cap status von der wagner johnny ist der einzigste mit chips genau aktuell die frage ob er warpen kann ich bin mit meiner ref so beschissen gelandet ich bin nicht in point range versuch ihn weiterzububbeln das machst du bis jetzt sehr gut schaut jeder der neuten kann neutet ihn bitte so hart wie es geht einfach so weiterbauen dann kommt er nicht raus juke falls du capperst mit deiner mino bitte capper auf meine qualle das mobile depot schießen ja mobile depot schießen ist ein feindliches da oder was ja gogo schießt das mobile depot schießt das mobile depot wenn ihr es treffen könnt schießt das ich habe ich habe zu viel bewegung in meinen dreads ist weg johnny wenn du reinbauen versuch so zu landen dass du nah genug bist an ihm dass du dass du ihn punkten kannst nah zu fliegen mit geht bei uns als du da einen keepster ich weiß nicht wie lange du noch am siege hast ich bin oben schon der keepster ich bin schon einmal runter oben ich bin gecappt mit der qualle passt ja ich weiß nicht wenn er den titan skill nicht auf 5 hat dann halten die zwei quallen fest ich sag dir wenn ich wieder cap in der qualle brauche ok ja cool night pressure bedarf ihm drauf es kommen noch mehr wir sollten sofort auf die minokawa wenn sie landet wir sollten sofort mit einem dps auf die minokawa wenn sie landet johnny kriegst du einen neuen parameter auf ihn oder nicht gleich klar ich bin direkt neben ihm perfekt dann ist er getackt er ist absolut leer jetzt scheitern es geht nicht mehr alles domination immer weiter babbeln immer weiter babbeln immer weiter minokawa 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 instant primary instant primary ist die minokawa von dawn of day of dawn of day ist instant primary decycled ganz decycled ganz decycled ganz decycled ganz decycled ganz decycled ganz iraki ist Vespas modifized Adaptive Enbu Estamates modifized M1 field viermal Tobias modifizized Gyrostar haltet die noods auf der ragnar haltet die noods auf der ragnar ich will nicht dass sie in DD aufkriegt primary ist die minokawa alles auf die minokawa gogo direkt die minokavaren durchnuken Weil sie lockbar ist, alles voll auf die Mino Die Neuz weiter auf die Ragnar halten Bitte? Alles auf die Mino Kava Neuz auf der Ragnarok halten, Mino Kava DPS Primary Boah, die Treppe den schnell hoch Go go, Mino, 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 Mino Alles auf die Mino Haben wir mehr Trez? Jojo, Mino ist auf blau und grün Jojo, Swap vielleicht mal deine... Ist sie Aktiv Tank oder Passiv, Joni? Welche? Die Mino Seht aus wie Buffer, ich seh keinen Aktiv Aber die hat Stellance Modified Power Diagnosis System dreimal Jojojo, passt, passt, passt Wie ist das Ragnar Cap Status? So gar nicht mehr vor Ein Viertel ungefähr Go go, Mino und weiter alle Neuz auf die Ragnar Weiter alle Neuz auf die Ragnar Die darf nicht ein DD kriegen Ich will keinen DD sehen von der... User joined your channel Hallo Und immer wieder Cap Status von der Ragnar Immer wieder den Cap Status von der Ragnar bitte Äh... Von der... Äh... Immer noch ungefähr ein Viertel Er ist ungefähr auf dem Krönstel Bist du dein Cap auf deiner Kralle, Benni? Mein Cap is alright, ich booster die ganze Zeit gegen... Äh, kann niemand Ein bisschen Cap auffüllen Ahoa Die Mino Kava sind sofort Cap Leute, Gogo, DPS full auf die Mino, full auf die Mino Man, die rippt ihn halt so gut hoch Ähm, für Cap Vahor, gell? Vahor, ja Cap Äh, die Ragnarlock ist fast halb Cap, ne? Ja, ich weiß die auch nicht Mino Cap, aktuell Mino Cap ist für High Rate Achso, meine Ja, beide sind auf halbe Go go, drückt bitte die Mino durch Drückt die Mino durch So schnell es geht Holy shit, lebt die lange Und weiter die Ragnar Die ist voll Lila, ne? Ja, ich weiß ja nie Beide Lila Egal, weiter die Ragnar lernen heute Duke, wie sieht deine Qualle aus? Alles gut Bubbleson, bist jetzt super Go go, Mino durch Weiterhin Mino Alles durch, burn auf die Mino Achso, ähm Carrier, ihr könnt ruhig auf die Fighters wappen Die gegen Sub-Caps sind und so weiter Ihr müsst nicht Support-Fighter dran haben Sondern einfach die DPS-Fighter aus Und auch die Mino Prime Marine Mino auf ein Viertel Die geht langsam Cap out Äh, Ragi ist jetzt auf ein Viertel Hast du schon Didi gefressen, Duke? Ne, ne Wobei, doch, müsste Also aus Also Mino Kava ist jetzt auf ein Sechstel Bagnar Lock auch auf ein Sechstel Bei welchem System seid ihr eigentlich? Ich konnte der ja nicht passen 6 CZ 6 CZ Was konntest du nicht? Passt Mino Kava ist leer Ich hab hier auch keinen Cap-Booster von der, also Ja, die ist Passiv Komplett Passiv-Tank Wir hätten sie vielleicht noch Ja, die Platz gleich Ragi ist auch fast leer Jaja, weiter die Ragi-Neuten Immer die Ragi-Neuten Darf kein Cap regänen Nice Gogo wieder voll auf die Ragi drücken Wie ist das Cap von der Ragi? Sag mir bitte, wenn sie dry ist Äh, sie ist dry Absolut leer Perfekt, immer weiter Neuten Immer weiter Neuten Oh, die hat keine Hardener Perfekt, Mann Oh, die 70.000er Hits, die tun weh Beim Schießt mit EMP, ich glaub der hat gar keine Rieses mehr, oder Juni? Nö, der ist absolut nur Cap, der hat sonst nur Adaptive-Invos Und Capital Street Extender, aber was bringen die Vespers Modified Adaptive-Invos haben da keine Cap hat Ähm, Dio, kannst du meine Qualle ein bisschen Cap-Fienen aktuell? Ja Er hat auch Artillerie drauf, ne Ja Johnny, wie lange hast du noch Longpoint auf ihn? Ein Kilometer Ähm, ja Aber ich glaub unsere Saber macht das grad schon easy, also Er hat auch noch keinen Cap zum Ding Äh, du kannst jetzt näher babbeln wenn du willst Einfach weil er kein Cap für Dings hat, aber die Babbel stehen gut Ja, aber jetzt kein Rage mehr Einfach immer weiter babbeln Aber er ist absolut leer Ne, ich weiß Wir müssen nächstes Mal mit Babs arbeiten, ich hab ganz vergessen, dass wir das Ding downweben müssen Cap immer noch 3 Übelst 3 Er hat keinen Cap-Booster Ja, ich cycle jetzt auch bei mir, also der kommt auch nicht mehr hoch Ich cycle auch mit allen Stopp, jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch durchdrücken, Leute Jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch durchdrücken, Leute Wir müssen echt die Qualle so refiteln, dass ich nie safe taclen kann 25 Punkte Haben wir irgendjemanden, der looten kann, so ganz nebenbei So fucking lila Jesus Ja, die Quallen können looten optimal Ähm, Duke vielleicht den Synone aufschalten Ich hab' eingeworfen Ja Und Fighter, killt mal bitte die Pro-Toys Ähm, Carrier Killt mal bitte die Pro-Toys, wenn's geht Die von Susi Mika Duke, schmeiß mal deine Heavy-Noids auf die Pro-Toys, bitte Ja Ähm, Carrier geht für die Pro-Toys Jetzt bleibt auf der Wart weg die Pro-Toys gerade Ja Wenn er reinkommt, kriegst du wieder neuen Zap Ja 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 Babbels Kriegen wir noch welche? Ja okay, sie ist gerade am Nachladen auf der Hälfte Weg, killt bitte die Pro-Toys, killt bitte die Pro-Toys und jetzt explosion oder ist es überhaupt da irgendjemand tut einfach insta posten das ist der beste damage control das in-game gibt oh ja smart bomb da kannst du nicht gegen waffen domination vor allem vier gyros sind gedruckt ich loote doch schon top damage spätches